... war das eben nicht. Langsam wird es dann doch peinlich. Ein weiterer Treffer. Das nenne ich mal ein Pfund, ein Überpfund. Da gab es nicht viel zu halten. Was für ein Traumtor. Da haben sie ihm schlicht und ergreifend zu viel Platz gelassen. Und dass man das nicht tun sollte bei einem Spieler seines Formats, das hat er hier gezeigt. Ja, sowas wollen wir hier sehen. Das ist Fußball.